Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger, ich habe wieder einige Informationen aus dem Kaufbeurer Rathaus für Sie. Zum einen können Sie sehen, wir sind in meinem Büro und es ist hell. Das heißt, unser Adventskalender ist verschwunden. Wir mussten ihn leider abbauen. Es hat in einigen Räumen furchtbar gemuffelt und dann hat man das mit Raumspray behandelt und es ist schlimmer geworden. Mitarbeiter konnten nicht mehr arbeiten. Jetzt wurde er kurzerhand abgebaut. Ich hoffe, Sie haben alle Verständnis. Nächstes Jahr gibt es eine neue Lösung. Wir schauen mal, was uns da einfällt. Am Donnerstag kommt Antenne Bayern nach Kaufbeuren und besucht unseren Weihnachtsmarkt. Ich werde auch dabei sein. Um 14 Uhr nehme ich mit einem kleinen schwarzen Schaf an unserer lebenden Krippe dort teil. Das ist nämlich der Grund, warum Antenne Bayern hier ist. Kommen Sie doch vorbei. Und zu guter Letzt lade ich Sie ein, die vielen Weihnachtsattraktionen in Kaufbeuren zu besuchen. Zum Beispiel startet am Donnerstag der Weihnachtsmacht in Neukablon mit dem Nikolaus. Der beginnt um 17 Uhr und auch da glaube ich, dass es ein Besuch wert ist. Alles Gute! Wiedersehen. Wiedersehen.